Ich bin Lydie Pulver, PME-Staff in der Stadt Lützeburg. Einerseits aus der Erfahrung ganz positiv am Sinn, was Resultat ist. Resultat ist wirklich exzeptionell großen Succes. Das ist aber auch ein Chantier, der weiß, dass er wirklich kein mehr so schreien am Vierfeld für wirkliche Analysen von der Geologie und alles, was er bei so einem Bau muss aufpassen, dass er den dort genauestens möchte, weil sonst kriegt er eben eine Überraschung an. Als Bauherr können wir es nicht mehr über den Haiprojet und über die Hairealisation freuen. Das ist nicht nur ein ganz schönes Projekt, sondern eine exzeptionelle, flotte, moderne Architektur, die sich hier an den Profil der Stadt wunderbar abpasst. Es wird eben noch ein großes Succes und es wird wirklich dem Chantier eine ganz neue Liebe, ganz neue Möglichkeiten geben. Man hat das auch ein Chantier, der weiß, dass er immer noch einmal die Überraschungen bretzen muss. Gut, da war noch eins, da war mir schwerer. Aber wenn ihm das zusammen am Vertrauen noch geht, dann ist das der beste Weg für die Rückwärter wegzukommen. . Musik Musik Bis zum nächsten Mal.